Ich will jetzt hier noch mal eine kleine Attacke wagen. Da, der hier. Zack. Oh Gott. Das Spiel ist gecrashed. Was passiert hier gerade? Die Farben drehen gerade richtig ab. Ich glaube, das Ding hat meinen kompletten Computer gecrashed. Moin, Lotte. Vor circa einem Jahr habe ich einen Dinosaurier-Simulator ausprobiert. Der war allerdings noch in einer ganz, ganz frühen Alpha-Phase. Und ein Jahr später, wenn wir uns jetzt mal angucken, was sich alles so verändert hat. Dazu klicken wir einfach mal auf New Game. Und, ah, schade, das wäre so geil. Man kann den Tyrannosaurus Rex immer noch nicht spielen. Aber der ist auf jeden Fall im Spiel drin. Aber wir sind wieder ein Darko-Taraptor. Mal gucken, ob es noch genauso lange lädt wie im letzten Jahr. Ohne es lädt. Ohne es lädt. Bitte. Oh, da ist meine Familie. Hallo. Da ist meine Mama. Und da vorne ist auch mein Vater. Wieso laufen die denn? Was ist denn hier los? Die kämpfen direkt. Nein. Oh Gott. Ich rutsche den Abhang runter. Family. Da oben war doch noch mein kleiner Bruder. Alter Falter. Die fighten da. Nein. Meine Familie. Was für ein Drama. Komm schon. Verdammt. Jetzt mach sie doch mal platt. Nein. Meine Family. Die wurden von dem Typen hier getötet. Was ist das für eine Rasse? Greift der auch mich an? Was für ein trauriger Start. Aber ich glaube, ich kann euch essen. Das kann ich tatsächlich. So, jetzt für die Leute nochmal erklärt. Ihr seht unten rechts die Leiste. Die füllt sich gerade, weil ich meinen Vater gerade mampfe. Und dann sieht man noch, die eine Leiste ist für meinen Durst. Und das Rote ist meine HP-Anzeige. Und dieser Kreis, der wird immer kleiner, je mehr ich sprinde. Aber irgendwann, wenn ich groß bin, werde ich den Tod meiner Eltern rächen. Ich werde diesen komischen Typen mit dem komischen Kopf fertig machen. Und ich habe das Gefühl, hier ist die Welt zu Ende. Oh, da oben steht auch Basic Attack. Ah, ich muss die Panzerung der Gegner erstmal zerstören. Okay, wir gehen einfach mal ins Landesinnere. Das Problem mit meinen Eltern wäre sowieso gewesen. Ich bin jetzt gerade noch, wir sehen hier oben rechts, ich bin noch 0 Jahre alt. Wenn ich allerdings zu einem jugendlichen Tier oder Dinosaurier werde, dann attackieren die mich auch. Weil dann werden die eifersüchtig. Alter, das ist ein geiler Ausblick. Okay, auf C schlafe ich scheinbar. Das war jetzt nicht ganz so smart. Jetzt ist wahrscheinlich gleich Nacht. Jupp, das war Dumpy Dizzle. Jetzt sehe ich ja gar nichts. Bin ich älter geworden? Ja, aber nur ein Stück. Okay, man kann es relativ schwer erkennen. Ich bin jetzt hier gerade im Nachtmodus und greife so ein ganz kleines Vieh an. Man sieht das so ein bisschen blau leuchten. Warte, hier. Komm, 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 komm. Oh nein, die fallen den Berg schon wieder runter. Nicht sterben. Oh, okay, alles gut. Oh, hier ist noch was anderes. Der ist aber viel zu groß. Ich möchte schlafen. Bitte. Ein neuer Tag bricht an. Dort hinten geht die Sonne gerade wieder auf. Und hier unten ist Trinkwasser. Das benötigen wir. Denn unsere blaue Leiste ist schon ziemlich, ziemlich niedrig. Irgendwas ist da vorne. Ich sehe da irgendeinen Dino. Du bist doch von meiner Spezies. Oh, nein, bist du nicht. Lass mich in Ruhe. Ich konnte gerade, glaube ich, auf den Baum. Der verfolgt mich. Kann ich hier auf... Ich muss hier irgendwo auf den Baum klettern. Oh, hier hoch. Wo kann ich denn... Ich dachte, ich kann auf so einen Baum klettern. Ist das Vieh weg? Hoffentlich. Ich muss jetzt erst mal was trinken. Okay. Wir müssen uns natürlich umgucken. Denn hier auch in dem Wasser befinden sich Krokodile. Es kommt manchmal noch zu kleinen Rucklern. Das liegt einfach daran, dass das Spiel auch noch lange nicht fertig ist. Okidoki. Ich habe auf jeden Fall jetzt genügend getrunken. Dann könnte man jetzt eigentlich wieder auf die Jagd gehen. Da vorne ist der Typ wieder, der meine Eltern umgebracht hat. Aber ich bin noch ein kleiner Scheißhaufen. Soll ich mal den Fluss hier überqueren? Hier. Hallo. Ihr seht ja niedlich aus. Guten Tag. Mein Name ist Paluten. Ich bin ein kleiner Mini-Dino. Ihr habt aber kleine Köpfe. Dafür, dass ihr so groß seid. Uh. Wollt ihr meine neue Mama sein? Und mein neuer Papa? Okay, dann eben nicht. Kann ich euch essen? Ich glaube, wenn ich groß genug wäre, könnte ich sie tatsächlich essen. Aber ich bin halt immer noch... Na, ich bin fast ein Jahr alt. Okay, wir müssen den Fluss, glaube ich, mal überqueren. Oh, oh. Da vorne sieht man das. Da ist ein Dino. Beziehungsweise ein Krokodil. Das wäre jetzt nicht so smart, da rüber zu gehen. Ich kann auch hier mal so eine kleine Cam anmachen, die ich eben schon in der Nacht benutzt habe. Damit kann man so ein bisschen schnüffeln. Also, falls Beute in der Nähe ist. Aber ich glaube, in der Nacht sieht man damit tatsächlich am besten. Wir schwimmen einfach mal rüber. Ich glaube, da drüben ist ein Krokodil. Wehe, jetzt frisst nicht irgendwas. Sieht alles safe aus. Ja, wir haben es geschafft. Hallo. Oh, das ist tatsächlich ein dickes Krokodil. Guten Tag. Bist du meine Mama? Der macht ja gar nichts. Greift er mich jetzt gleich überraschend an? Gucken, wir rennen mal rum. Nee. Ich habe das Gefühl, der wartet einfach nur, dass wir zu nah an ihn rankommen und dann schnappt er zu. Darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Ich brauche unbedingt was zu fressen. Da vorne ist irgendwas. Man sieht das wieder so blau umrandet. Oh, nee. Das ist aber viel zu groß. Die kenne ich. Ich habe eben schon mal eine Runde gespielt. Die vergiften einen. Und solange ich noch so richtig jung bin, habe ich gegen die wirklich absolut keine Chance. Aber da vorne sehe ich was. Du bist klein. Ja. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn gekillt. Weil ich mampfe jetzt gerade irgendwas von ihm. Ich kann Pflanzen essen? Nee, nee. Aber ich möchte das gute Fleisch. Aber das ist ja praktisch, dass ich beides snacken kann. Jawohl. Und jetzt bin ich dahingehend auch wieder voll. Also fressen brauche ich jetzt erstmal nicht. Höchstens ein bisschen was zu trinken. Dazu kann ich aber wieder runter an den Fluss gehen. Hoah! Da vorne. Hä? Ist die Herde hier größer geworden? Das ist ja mega krass. Was das für eine dicke Family ist. Warte mal. Sind das Seeschlangen oder sind das die Viecher, die ich eben gesehen habe? Ah, okay. Keine Seeschlangen. Ha! Die haben aber auch keine Kinder dabei oder so. Oh, ich glaube es wird schon wieder Nacht. Was machen die denn für Geräusche? Okay, es wird Nacht. Ich glaube ich lege mich einfach schlafen. Gute Nacht, Leute. Schlafi, schlafi. Bitte lass es wieder am Tag sein. Oder morgens zumindest. Verdammt! Es ist mitten in der Nacht und man sieht wieder gar nichts. Ich kann jetzt direkt erstmal was trinken. Oh, da vorne ist glaube ich wieder was zu snacken. Hm? Was bist du denn? Ich habe irgendwas erlegt. Ich glaube es ist eine Möwe. Die Sonne geht wieder auf. Aber ich habe immer noch keinen T-Rex gesehen. Ah, wie schön. Da ganz hinten in der Ecke sieht man auf jeden Fall wieder die anderen Federfee-Dinos. Ach, da laufen sie. Hallo! Vielleicht ist so ein T-Rex mehr im Landesinneren? Okay, ich trinke nochmal was und dann gehe ich mehr landeinwärts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf, lauf, sprint. Oh. Alter Falter war das gerade knapp. Okay, ich muss jetzt hier mal schnell was trinken und dann weg hier. Junge, dieser Alligator, der wollte mich echt zum Frühstück vernaschen. Und nicht auf die angenehme Art. Da vorne sind wieder welche, aber das sind auch ein paar von der Spezies, die meine ausrotten wollten. Aber vielleicht ist hier irgendjemand in der Nähe. Oh, hier ist wieder ein kleiner Snack. Ach, da vorne bist du. Zack! Jawohl, jetzt habe ich ihn aber locker... Ja, da liegt er auch am Boden. Chomp, 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 chomp. Ich glaube, ja, ich habe ihn komplett gegessen. Aber jetzt können wir zumindest eine weite Strecke zurücklegen. Auf der Suche nach dem T-Rex. Und gleich stolper ich überein oder töte mich direkt. Ah, hier oben geht es längs. Okay, hier ist eine unsichtbare Mauer. Hier geht es nicht längs. Da vorne sind schon wieder die Federviecher. Soll ich mal speichern und einen angreifen? Ich probiere es einfach. Safe. Geilo 2. Zack. Und jetzt? Ich habe nämlich so eine krasse Sprungattacke. Und an die Kehle! Verdammt, hat nicht funktioniert. Warte, kurz Klippo. Oh Gott. Jetzt habe ich ihn sauer gemacht. Aber da komme ich wieder. Zack. Und wieder Angriff. Aber irgendwie kriegt er kaum Schaden. Okay, er greift wieder an. Aber jetzt komme ich wieder. Nee, ich mache viel zu wenig Schaden an dem. Junge, ich habe sie schon zwölfmal gebissen. Das bringt auch nichts. Denn ich glaube, wir müssen einfach nur... Jawohl! Wir sind gleich H1. Da müssen wir darauf achten, ob wir größer geworden sind. Wir schwimmen mal hier rüber. Gucken, keine ekelhaften Tiere, die mich im Wasser killen. Nee, und rüber. Jawohl! Wir sollen C drücken, um aufzuleveln. Aber dann ist gleich Nacht. Egal. Scheiß drauf. Mal gucken, wie groß wir jetzt sind. Ah, guck mal jetzt oben links. Jetzt haben wir, glaube ich, eine neue Sache gelernt. Dass wir halt auf die drauf springen können. Okidoki, das teste ich direkt mal. Ich speichere lieber mal ab. Ich möchte meinen Speicherstand wirklich nicht verlieren. Weil wir sind echt weit. Aber wir sind ja noch ziemlich, ziemlich klein. Hier vorne sehen wir unsere Opfer. So. Wir warten, wir warten. Sprung! Jawohl! Oh, er hat uns abgeworfen. Aber wir haben uns da auf ihn drauf gestürzt. Jetzt nochmal. Hä, aber wie kann ich... Wow! Er hat mich fast getötet. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Jetzt nochmal Sprungattacke. Oh, es wird dunkel. Gott sei Dank habe ich gespeichert. Load File. Ich hoffe, das funktioniert. Weil das Game ist auch immer noch in einer ziemlich frühen Beta. Aber die haben echt viel hinzugefügt. Okay. Da sind wir wieder. Aber wie halte ich die Balance, wenn ich bei denen auf dem Rücken bin? Ich will jetzt hier nochmal eine kleine Attacke wagen. Da, der hier. Zack. Oh Gott. Ich laufe hier hoch. Das Spiel ist gecrashed. Hallo? Was passiert hier gerade? Alter. Was geht hier ab? Die Farben drehen gerade richtig ab. Ich kann nichts drücken. Hier geht gar nichts mehr. Ich glaube, das Ding hat meinen kompletten Computer gecrashed. Ich kann hier noch irgendwie versuchen rauszutabben. Anwendung reagiert nicht. Ja, ja. Dann mach das doch aus. Programm schließen. Oh, Gott sei Dank. Oh, da sind wir wieder. Hoffentlich. Safe State. Geilo 3. Load. Oh, Heidewitze. Ich lasse sie jetzt einfach in Ruhe. Ich gehe jetzt weiter. Vielleicht mal einen Triceratops oder so. Die müssen doch da auch irgendwo chillen. Oh, oh. Es lädt schon wieder so komisch. Nee, ist alles gut. Da bin ich wieder. Okidoki. Nee, aber irgendwas ist hier falsch. Ich habe keinen Spielsound. Nee, ich habe gar keine Sounds mehr bei dem Game. Ich glaube, ich habe einfach das Spiel gecrashed. Ich mache nochmal Save and Quit. Und lade einfach. Ich quitte das nochmal. So, und jetzt nochmal das Spiel starten. Kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt das Spiel kaputt gemacht habe. Also so komplett. Dass der Sound halt einfach im Arsch ist. Load Game. Was, wenn ich jetzt Geilo 2 lade? Load. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist wieder da. Ich habe keinen richtigen Spielsound. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Egal. Ich lege einfach Geilo-Mucke drunter. Und ich möchte jetzt zumindest Triceratops oder einen T-Rex. Bitte. Da vorne eine Triceratops-Family. Hallo. Guten Tag, Jungs. Hä? Was ist denn mit euren Gesichtern? Ihr habt ja nicht mal... Ach doch, da oben sind die Augen. Hallo. Ihr seid nicht meine Feinde, oder? Oh Gott, oh Gott. Hi. Hoa. Okay, das sollten wir vielleicht lieber lassen. Aber, oh, da vorne ist, glaube ich, das Alpha-Männchen. Der mit der... Oh, die attackieren mich. Also die eine ist auf jeden Fall so ein bisschen auf mich zugelaufen. Okay, wir riskieren einfach mal nichts. Wir ziehen weiter. Aber das war geil. Da vorne ist so ein Vieh. Das war normalerweise immer zu stark mit Level 0. Wir werden mal gucken, ob wir den packen. What? Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Wow, Alter, das hat gut gekostet. Oh, oh. Und ich bin auch vergiftet. Wow, er kommt nochmal. Er attackiert mich die ganze Zeit. Habe ich ihn? Nee. Aber wir sind bald tot. Ich kann doch nicht mehr sprinten. Komm, 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 komm. Wart dann, wieso sterbe ich denn selbst bei dem kleinen Vieh? Egal, Leute. Unser Spielstand ist sowieso leider ein bisschen kaputt. Vielleicht werde ich ja in ein paar Wochen oder Monaten nochmal ein kleines Let's Play dazu machen. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall nochmal den T-Rex. In dem anderen Part seht ihr den auch. Den werde ich euch hier verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze reinziehen. Notfalls googelt mal nach. Dinosaurier-Simulator. Leute, lasst eine Bewertung da. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.